Beim Schach muss der Spieler in jedem Zug aus unzähligen Möglichkeiten die Beste finden. Doch nicht immer gibt es eine Beste. Hat keine Figur eine sinnvolle Zugmöglichkeit, spricht man von Zugzwang. Und darum dreht sich auch das heutige Video. Ich habe euch hier einführend ein Beispiel mitgebracht. Zugzwang lässt sich besonders häufig im Endspiel antreffen. Wir sehen hier auf dem Brett einen Bauernendspiel. Weiß hat einen Bauern auf D4 und der schwarze einen Bauern auf D5. Und weiß ist am Zug und es gilt den schwarzen Bauern zu gewinnen. Schauen wir uns als erstes den offensichtlichen Zug an. Wir nehmen den König und ziehen ihn ein Feld näher ran. König nach E5. Jetzt greifen wir den schwarzen Bauern auf D5 an. Und schwarz muss diesen logischerweise verteidigen. Wenn der Bauer auf D5 fällt, fällt auch die Partie. Das heißt der schwarze König hat nicht so viele Möglichkeiten den Bauern zu decken. Er zieht den König nach C4. Und deckt damit aber seinen Bauern. Und greift den gegnerischen weißen Bauern an. Jetzt ist wieder der weiße am Zug. Der Bauer kann wie gesagt nicht ziehen. Der wird blockiert vom gegnerischen Bauern. Das heißt der König muss ziehen. Also klicke ich hier einmal auf den König. Und wir sehen es gibt keinen guten Zugmöglichkeit für den weißen König. Egal auf welches dieser Felder ich ziehe, ich werde immer die Verteidigung des weißen Bauern aufgeben. Und der schwarze wird im nächsten Zug den weißen Bauern rausschlagen und die Partie gewinnen. Das sage ich, ich mache hier zum Beispiel König nach R4. Dann folgt König schlägt D4. Und der schwarze hat einen Mehrbauern. Und dieser Mehrbauer wird es auch bis zur Grundreihe schaffen und sich in eine Dame umwandeln. Das heißt hier in dieser Stellung, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder etwas verraten, befindet sich der weiße im Zugzwang. Aber der weiße hat zuerst das Zugrecht und kann diesen Bauern auch anders angreifen. Wie ich eben schon verraten habe, geht hier in dieser Stellung auch König nach E6. Jetzt greift der weiße wieder den schwarzen Bauern auf D5 an. Und der schwarze muss den eigenen Bauern verteidigen. Die einzige Möglichkeit ist König nach C4. Das verteidigt den Bauern auf D5 und greift den Bauern auf D4 an. Weiß deckt diesen Bauern jetzt mit König nach E5. Und diesmal ist der schwarze im Zugzwang wieder. Wenn ich den schwarzen König anklicke, sehen wir, er kann nur auf Helder ziehen, wo er den eigenen Bauern nicht decken kann. Und der Bauer wird verloren gehen. Und diesmal wird weiß die Partie entscheiden. Hier sehen wir also ein sehr, sehr typisches Beispiel für Zugzwang, was man erzwingen kann, indem man hier den Bauern über E6 angreift. Dadurch hat man ein Feld mehr als der Gegner und kann den Gegner in Zugzwang stellen. Weil am liebsten würde der Gegner in dieser Stellung das Zugrecht einfach wieder abgeben. Denn dann würde der schwarze gewinnen und könnte nämlich im nächsten Zug den Bauern auf D4 rausgeben. Da man im Schach aber nicht passen kann, nennen wir das Ganze hier Zugzwang und der weiße wird diese Partie gewinnen. Ich habe euch noch ein, zwei weitere Beispiele mitgebracht. Als nächstes auch ein sehr, sehr klassisches Beispiel. Man kann hier auch schnell erkennen, warum es sich um Zugzwang handelt. Der weiße König ist auf der Grundreihe und der weiße Springer steht in der Ecke. Und es gibt nicht sehr viele Zugmöglichkeiten für den Weißen. Wenn der Weiße hier am Zug wäre, dann wäre die Partie verloren. Denn entweder würde der Springer verloren gehen, der nur auf diese beiden Felder ziehen kann. Oder es würde im Schachmat enden, wenn sich die Königke gegenüberstehen und hier das Schachmat auf der Grundreihe geben wird, wäre die Partie auch zu Ende. Nun ist hier aber Schwarz dran. Aber Schwarz kann einfach einen Abwartezug machen. Schwarz spielt in den Turm nach B7, macht nichts, wartet ab und gibt das Zugrecht zu Weiß. Und Weiß möchte aber eigentlich gar nicht ziehen, weil Weiß, wie gesagt, keinen sinnvollen Zug hat. Es gibt keinen Zug, der die Stellung sinnvoll verbessert. Ziehen wir diesen Springer. Wird dieser Springer geschlagen. Entweder nach C2 oder auch auf G6. Auf F7, Entschuldigung. Und zieht der König, ist die Partie sofort beendet durch ein Matt auf B8. Also in dieser Stellung würde der Weiße am liebsten wieder passen und dem Schwarzen das Zugrecht übertragen. Allerdings geht das, wie gesagt, im Schach nicht. Und wir sprechen von Zugzwang. Und egal, was der Weiße macht, der Schwarze wird diese Partie für sich entscheiden. Kommen wir noch zu einem dritten Beispiel. Auch hier handelt es sich wieder um ein Endspiel. Wir gucken uns ein Turm-Endspiel an. Wieder sieht man, dass der Weiße, beziehungsweise Entschuldigung, der Schwarze nicht viele Möglichkeiten hat zu ziehen. Der Schwarze Turm steht hier auf H7 und hat überhaupt gar keine Zugmöglichkeit. Keine sinnvolle zumindest. G7 wird er vom Bauern geschlagen und auf H8 wird er vom Turm geschlagen. Heißt, er hat keine sinnvolle Möglichkeit. Auch der Bauer auf H6 hängt nicht. Den kann man auch einfach zurückschlagen. Und der König erfüllt im Moment die Aufgabe, dieses Feld zu decken. Denn wenn der Weiße König auf das Feld G6 kommt, dann ist der Turm angegriffen und der Bauer wird durchlaufen. Und am liebsten würde Schwarz einfach diese Stellung für immer halten und dann würde es wahrscheinlich Remis ausgehen. Aber Schwarz kann diese Stellung nicht für immer halten. Weiß ist zwar am Zug, aber Weiß macht wieder einen Abfahrtezug. Wir sehen, Abfahrtezüge sind beim Zugzwang extrem wichtig. Wir geben das Zugrecht an den Gegner und der Gegner möchte aber gar nicht ziehen. Und so können wir die Partie für uns entscheiden. Hier muss der Schwarze sich entscheiden, was er zieht. Der Turm kann wie gesagt nicht ziehen. Egal wo er hinzieht, er wird geschlagen. Das heißt, der König muss ziehen. König nach E7 funktioniert nicht. Dann kommt das Schach auf der siebten Reihe. Und es ist ein sogenannter Spieß und der Turm auf H7 wird fallen. Und Schwarz, äh Weiß hat einfach einen Turm, ja. Heute habe ich immer wieder die typische Schwarz-Weiß-Schwäche, die als Schachspieler nicht zu empfehlen ist. Beziehungsweise echt ungeeignet ist, wenn man die hat. Der einzige schwarze Zug, der hier noch geht, wäre König nach E6. Aber jetzt sehen wir, dass der König nicht mal das Feld G6 deckt. Und der Weiße König kann einfach nach G6 vorziehen. Und dieser Bauer wird durchlaufen. Zum Beispiel Turm C7, H7. Und im nächsten Zug werden wir diesen Bauern umwandeln. Zuletzt habe ich euch noch ein Beispiel aus meiner Praxis mitgebracht. Das heißt, eine Partie, die ich so gespielt habe. Und sie zeigt auch, dass Zugzwang auch vorkommen kann mit mehr Figuren auf dem Brett. Das habe ich natürlich schon etwas zu weit gezeigt. Wir schauen uns zuerst diese Stellung hier an. Hier ist Schwarz am Zug. Der letzte weiße Zug war Springer nach A5. Und ich, hier als Schwarzspieler, habe das Zugrecht und bin am Zug. Der Zug ist Springer nach C3, wie ich jetzt ungünstigerweise schon verraten habe. Und König nach A1 ist der einzige Zug hier an dieser Stellung. Schauen wir uns an, was passiert nach König nach C1. Dann ist die Partie sehr, sehr schnell vorbei mit einem sehr schönen Mattbild, wie ich finde. Es folgt Läufer schlägt G5 Schach. Der König hat schon keine Felder mehr. Der König kann nicht nach D1, der König kann nicht nach B1. Diese Felder werden vom Springer kontrolliert. Und der König kann sich auch nicht hier befreien. Das heißt, der Gegner ist eigentlich schon Schachmatt. Er kann auch diesen Bauern dazwischen beziehen. Und dann wäre dieses sehr, sehr schöne Mattbild auf dem Brett. Das hat mein Gegner aber leider gesehen und hat hier nicht König C1 gespielt, sondern hat den König in die Ecke gespielt. Und jetzt sehen wir ein typisches Merkmal von Zugzwang. Und zwar, Figuren können sich nicht bewegen. Figuren sind unbeweglich. Und dieser König kann sich in dieser Konstellation gar nicht mehr bewegen. Das Feld B1 wird kontrolliert. Das Feld B2 wird kontrolliert. Und der weiße König hat überhaupt keine Zugmöglichkeit. In der Partie habe ich jetzt den Läuferzug nach G5 gespielt. Und der stellt eine starke Drohung auf. Und zwar die Drohung Läufer nach C1 und Läufer nach B2 Schachmatt. Der weiße König kann sich jetzt schon nicht mehr bewegen. Und wenn man ihn jetzt noch ins Schach setzt, dann haben wir die Definition von Schachmatt. Und die Partie wäre vorbei. Mein Gegner hat jetzt den Zug Springer nach B3 gespielt. Das kontrolliert das Feld C1. Aber jetzt haben wir tatsächlich eine Zugzwangstellung erreicht. Denn ich habe jetzt hier König C7 gemacht. Der weiße König kann sich nicht bewegen. Der Springer auf B3 kann sich nicht bewegen. Der Bauer kann sich nicht bewegen. Und die anderen Bauern können sich auch alle nicht bewegen. Die einzige Figur, die sich noch bewegen kann, ist hier der Läufer. Aber dieser Läufer kann seine Stellung auch eigentlich nur verschlechtern. Beziehungsweise auf jeden Fall nicht verbessern. Der Läufer kann hier zwar hin und her ziehen munter. Auch nicht auf alle Felder. Das ist kontrolliert, das ist kontrolliert. Aber auf diese Felder hier kann er ziehen. Aber es verbessert die weiße Stellung nicht. Egal was er macht, diese Stellung ist verloren. Denn er kann sie nicht mehr verbessern. Er kann nur noch eine Figur ziehen in dieser Stellung. Und schwarz kann ganz entspannt seine Stellung weiter verbessern. Es folgt nur noch Läufer D3. König B6. Läufer F1. Eine wichtige Sache ist noch bei Zugzwangstellungen. Man muss die Dinge nicht überstürzt angehen. Der weiße kann eh nichts machen. Ich kann hier meine Stellung so lange verbessern, wie ich will. Theoretisch könnte ich auch mit meinem König bis nach H8 laufen. Und könnte dann erst versuchen, die Partie zu gewinnen. Wenn ich denn Lust darauf hätte. Weil der weiße kann nichts mehr machen. Die Idee ist natürlich nicht, seinen König nach H8 zu manövrieren oder nach H6. Sondern man möchte natürlich seine Figuren optimal hinstellen. Und dann zum entscheidenden Schlag ausholen. Der entscheidende Schlag an dieser Stelle ist, den Bauern auf D5 rauszuschlagen. Das habe ich hier an dieser Stelle auch gemacht. Und hier hat der weiße dann auch aufgegeben. Er hat zwei Bauern weniger. Und einer dieser Bauern wird auf jeden Fall zur Dame kommen. Plus sein König. Immer noch keine Zugmöglichkeiten. Und der Springer wird auch eingegrenzt. Wie gesagt, durch dieses schöne Mattbild. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Zugzwang näher bringen. Das ist wirklich ein sehr, sehr typisches Motiv im Schach. Kommt sehr oft vor. Wie gesagt, oftmals in Endspielen. Aber wie man hier auch sieht, auch noch in Endspielen mit mehreren Figuren auf dem Brett. Und ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Lasst es mich doch gerne durch eine positive Bewertung oder einen Kommentar wissen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Und bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch viel Erfolg in euren Schachpartien. Bis zum nächsten Mal.